Während der Bau der neuen Rathausgalerie in Hagen in vollem Gange ist, eröffnet die neue Kaufpark-Filiale in der Hagener Mittelstraße an diesem Dienstag. Kaufpark ist das erste Unternehmen, was in dem neuen Komplex eine Filiale eröffnet. Mittlerweile erinnert kaum noch etwas an die alte Filiale. Kaufpark eröffnet nun mit ca. 6 Wochen Verspätung. Die Rathausgalerie soll im Herbst 2014 eröffnet werden.